Als zwei Tage später im Rundfunk gemeldet wurde, dass die Reichsregierung per Notverordnung die SA und SS verboten hatte, empfand ich dies als ein Zeichen des Himmels. Meine Gebete und die der anderen Juden waren erhört worden. Brüning, ja sogar der wiedergewählte Hindenburg hatten endlich begriffen, dass der Terror der SA die Freiheit in diesem Land zerstörte und die Hitleristen an die Macht brachte. Noch waren die Nazis in der Minderheit. Doch wenn man sie ungehindert gewähren ließ, schlugen sie nicht nur mich und andere Juden zusammen, sondern jeden, der anderer Meinung war als sie. Dann gehörte Deutschland ihnen. Nun hatten die Reichsregierung und Hindenburg Hitler endlich seine Totschläge entwunden. Ohne ihre verbrecherische Streitmacht würden die Nazis die Anziehungskraft auf ihre Anhänger verlieren und die Schreckensgewalt gegen ihre Gegner. Ich redete mir ein, dass dies der Wendepunkt war. Fortan würde es mit den Braunen unweigerlich bergab gehen. Wenn es jetzt Brüning gelang, mehr Menschen in Brot und Arbeit zu bringen, dann würden sie wieder an den Staat glauben und wir Juden konnten wieder in Frieden und ohne Angst leben. Mir fiel damals nicht auf, wie viele würden, ich ersehnte. Doch das SA-Verbot befeuerte meine Hoffnung und auch die Heinrichs. Als wir am selben Abend telefonierten, schlug er vor, eine Lumpensammlung für weggeworfene SA-Schmattes zu eröffnen. Ich erwiderte, dass man diesen Tineft lieber auf der Stelle verbrennen solle. Wir alberten eine Weile herum, schließlich lud ich ihn und seine Freundin ein, uns zu besuchen. Sie würden Sonntagnachmittag nach Ellingen kommen. Vom Alpdruck der braunen Prügler befreit, bereitete ich eine längere Vertretertour vor und startete schon früh am folgenden Morgen. Zunächst fuhr ich zu Herrn Numberger nach Fürth. Der Kaufmann wollte meine Euphorie nicht trüben. Auch ich habe Hoffnung, bekannte er, aber ich bin vorsichtig. Die paar hunderttausend SA- und SSler werden nicht von heute auf morgen verschwinden, denn die haben sonst nichts zu tun. Entscheidend sei die weitere Politik des Kanzlers. Nur wenn es Brüning fertigbringt, die Menschen zu beschäftigen, werden sie ihm folgen. Ansonsten rennen sie weiter ihrem braunen Messias hinterher. Ich meinte, wenn Brüning eingesehen habe, dass er die braune Truppe verbieten mußte, dann würde er auch klug genug sein, den nächsten entscheidenden Schritt zur Verbesserung der Lage zu unternehmen. Numberger sah mich skeptisch an. Haben Sie sich mal die Mühe gemacht, ein Bild von Herrn Brüning zu studieren? Wenn Sie sich seine Züge genau ansehen, werden Sie feststellen, dass er ein verschlossener, nüchterner Mann ohne Weitblick und ohne Verständnis für die Nöte des Volkes ist. Als er meine Ratlosigkeit sah, meinte er, »Wir geben die Hoffnung trotzdem nicht auf, Herr Seligmann. Das ist neben unserem Glauben unsere größte Kraft. So haben wir auf Dauer alle unsere Feinde überwunden.« Um meine Zuversicht weiter zu stärken, gewährte mir Numberger einen weiteren Nachlass von fünf Prozent. Und jetzt zeigen Sie, was Sie können, Herr Seligmann. Einfach wird's nicht.